Da rennen wir, da rennen wir, da rennen mehrere Spieler! Wo denn? Wo? Da, an uns vorbei! Bleib stehen, bleib stehen, beweg dich nicht! Schüsse? Hört keiner. Keinen gehört? Das war, was war das für ein Schuss? Das war AK. AK technisch. Kam... War weit weg. Ich hab ihn definitiv vernommen. Wie gesagt, wir sind in ner Baumgruppe. Jo, ich beobachte grad den rückwärtigen Raum. Wald hinein. Ja, müssen wir gucken, von wo wir uns jetzt vortasten. Weil wir jetzt müssen wir über ne Freifläche rennen, ne? Ja. Weiter... Weiter östlich. Richtung Strand. An der... Kurz vor der Straße waren da einige Kusseln. So halt teilgedeckt laufen. Vollgedeckt wird sowieso fast schwierig... unmöglich. Achja. Ja. Ich bin der Meile... Ist der noch neben mir? Ja. Da rennen wir, da rennen wir, da rennen mehrere Spieler! Wo denn? Wo? Da. Da. An uns vorbei. Bleib stehen, bleib stehen, beweg dich nicht! Links oder rechts an uns vorbei? Die schießen, die schießen. Ja, ich bin tot. Da sind die behindert, ey. Unconscious. Und tot. Wir sind über die Freifläche gerannt. Komplett. Ah, ok, ja. Dann hab ich doch rechtlich gesehen, ja. Ok. Und? Wo schickt er mich jetzt hier rein? Ja. Das war klar. Von oben in Peranzino. Ich komme mal von der... Von der Dingsseite rein. Das ist schlecht. Naja. Ich gucke mal kurz hier durch die Halle. Vielleicht ist hier irgendwo zu essen eben schnell. Oder vielleicht sogar ne Gatling dann. Leider nicht. Ich würde gerne einen Raketenschlag anfordern. Ich würde gerne einen Raketenschlag anfordern. Eine Dose zu essen. Oh, gezett. Ja. Und was zu aufmachen? Rede mit denen. Heyo. Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab doch... Ah. Habt ihr zufällig was, um mir die Dose hier aufzumachen? Ich hab sonst nichts. Und ich fungere gleiche. Ich bin unconscious. Wie treffen die denn? Das gibt's doch gar nicht. Hab's auf den Bogen gelegt. Ich bin tot. Haha. Nein. Ah. Das geht nicht. Die liegen über eurer Seite. Eine Axt oder sowas? Oder Dosenöffner hast du nicht gehört? Mit nem Feuerlöscher geht das leider nicht. Ne, aber mit der Axt kann man die aufmachen da. Dein Kumpel mit dem grunen Rücksack, der hat da ja die Firefighter-Axt. Aber ich esse mal ein bisschen frisches Gemüse sonst. Sehr geil. Ich danke fürs Aufmachen. Als dein Arzt rate ich dir... Als dein Arzt rate ich dir viel frisches Obst und Gemüse zu essen. Ich esse gerade Obst. Zwar aus der Dose, aber immerhin. Die gibt's gratis. Lobenswert. Sehr lobenswert. Ich hab leider keine Vitamintabletten für dich aber, ne? Ah, ich bin eh kein Tablettenkind. Immer schön auf die Ernährung achten, auch in der Familie auf dem Kumpel. Ja, ich bemühe mich. So gut es geht. Oh, wer labert der? Brauchst du... Hast du noch die Batterie von der Taschnatte? Kannste haben, ja. Ha. Habst du die hingeschmissen? In den Soldaten reinschmeißen. Ha. So. Ich danke euch. Für die erste Hilfe sozusagen. Und werde weiter meines Weges gehen. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Ja, kein Problem, ne? Bis dann, ne? Mach's gut. Puh. Aha. Starts... Using Defibrillator on you, Wichser. Ich wusste das, ganz genau. Dass der was vor hat. Ich geb ihm die Batterie, der haut ihn in den fucking Defibrillator. Und versuchts dann natürlich an mir auszuprobieren, der Idiot. Was ist denn neben hier unten schon drinne? Ich war an gar nichts. Ich bin gerade erst in die Stadt reingelaufen. Okay, dann geh ich in den hier unten rein. Hier unten ist die Tür offen. Da ist ein Spieler. Der Tod? Heyo. 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 Heyo, Jun... Ich wollte dich nicht töten. Ich war nur auf diesem Spiel los. Kapitel nicht setzen. Ich sulla Mustede Ursache. Heyo. Heyo. Ich mach einfach nur mehr den Spiel. Ja, okay. Heyo. Äh, du brauchst was? Äh, was für mein SKS? Ah, äh, ich hab' einen Götz, aber äh, nichts noch? Okay. Ich hau dann mal ab, ne? Mach's gut. Gut noch. Tschöli. Das ist ein Franzose. Hä? Lol. Er hat eine Mosin gefunden. Und er hat eine Firefighter-Axt liegen lassen. Eine schwarze, die kaputt ist? Oh, er messert mich. Ich komm zu dir, wo bist du? Hast du ihn? Nö. Aber trotzdem. Ich blute. Kannst du... Ja, warte. Ich bin dann unterwegs zu dir. Ich bin jetzt vor der Polizeistation. Gib mir mal... Ich bin runtergelaufen. Ähm... Das ist... Nördlich. Ich bin einfach nur Richtung Norden. Die Straße runter läuft die ja irgendwann, ne? Richtung Bahngleise runter. Ja. Okay. Komm da hin. Rosen Moon hast du nicht auszufällig, oder? Nein, nein, nein. Ich blute wie Sau. Ich kann mich auch nicht verbinden, weil ich nicht weiß, wo er ist. Geh irgendwo. Du rennst ja total offen rum. Renn irgendwo um die Ecke. Er ist hier. Er ist hier um die Ecke gerannt. Und ich warte jetzt drauf, dass er irgendwie wieder rauskommt. Weißt du? Äh, ich glaub ich seh dich. Ich komm gerade hier die Straße runter links von dir. Ja, ich hab'n roten... Ja, ich hab'n roten Rucksack. Wär cool, wenn du mich, äh... Ja, ja. Einfach bloß verbindest und ich, äh... Ganz ruhig. Ja, ja. Ich sag ja was. I don't want to kill you, sagt der. So, da sind wir auch wieder bei Daisy. Haben unsere alten Kameraden wieder mit aufgegabelt. Honey ist mit dabei, Feylord. Diablo, Bounty Killer. Der Oberst Leo natürlich. Und der Gunshot zum Schluss. Achja, das bin ich. Und, äh... Wir wollen uns jetzt das Hotel in der neuen Stadt zu eigen machen. Ähm... Wurden auch schon, äh... Zumindest ein feindlicher Spieler gesichtet. Und gucken jetzt, wie es weiter geht. Langsam vorpirschen am besten. Ja, dazu sei gesagt, dass wir zwei Trupps sind. Wir sind ein Scharfschützentrupp und dazu noch ein Stoßtrupp. Der Scharfschützentrupp wird geführt von dem, äh... Gunshot. Meine Wenigkeit, also der Oberst Leo, beziehungsweise hier in Game Endzeit führt jetzt den Stoßtrupp. Und wenn unsere Scharfschützen in Stellung sind, bewegt sich der Stoßtrupp in Richtung Tower. Okay, Fail on. Ich bin vor euch. Magst du... Magst du ein bisschen die Umgebung kurz checken? Ja, ich ranne hier schon rum. Gut, hast du bis jetzt auch noch niemanden aufgeklärt eben, oder? Dann versuche ich nämlich jetzt auch gleich mal in eine andere Stellung zu gehen, hier. Lass ihm erstmal die Steine ablaufen. Ja, aber bei den Steinen muss er... muss er aufpassen. Da wird er schnell weggeholt, ne? Je nachdem, wo er besitzt. Ja, er soll nicht zu weit vorne losgucken, ob irgendwo da schon ein Sniper liegt. Nicht, dass wir uns da einen Meter daneben legen. Ich wandere jetzt auf jeden Fall währenddessen schon mal ein paar... Auf der kompletten Steinwand liegt keiner... Check. Bäume habe ich noch nicht, ne? Aus, als würden die... Das Rathaus schon bekämpfen, ne? Kann das sein? Da ist schon wer drinnen. Ja. Hier rinnt ein Zombie und... Daumen... Hast du gesehen? Nee, das ist... Okay, laut, alles klar. Oberste... Von uns ausgesehen, links... Derzeit keine Aufklärung, aber ich sehe da ständig eine... Flair aufleuchten. Ganz kurz. Da ist gerade einer durch die Wand gepackt oder mal kurz zum... Vor das Fenster gelaufen. Naja, oberstes Stockwerk, linker Bereich, ähm... Vor der großen Fläche, also vor dem kleinen Turm auf dem Tower, ja. Im linken Bereich. Müssen wir uns im Hinterkopf bewahren, dass er da rum campt. Ja, Blo, bist du bei Gunshot, oder? Nein. Zwischen nach oben und unten... Ah, auf dem Stein, ja. Ja, ja. Und der Sexcode ist auch wieder dabei. Hab ich dich vergessen sexiert? Ja. Aber ja, ist okay. Hey. Ich und zählen. Ich und zählen. Echt jetzt. Den Fehler korrigieren wir jetzt einfach hier im Flur. Dann zähle ich mir dabei. Vergesst nicht an den Stoßtrupp eure... Draußen rennt einer rum. Erstmal müsste ich wissen, wo der... Draußen rennt mehrere rum. Genau befindet. Der Stoßtrupp ist in einem grünen Gebäude, ähm... Auf der Rückseite des Towers. Circa... Drei bis vierhundert. Ich nehm an, 300. Das könnte dann kommen, ja. Mal gucken, ob ich mich vor euch aufmerksam machen kann. Also ihr dürftet wahrscheinlich nicht für uns einsehbar sein. Nee. Andersrum genauso, weil da gerade so'n, äh... Keters rote Flair im Tower an. Jani sagte eben schon, dass da mehrere Spieler, ähm... Vorne rumlaufen. Vorne rumlaufen. Ja. Ja, blöd. Dich sieht man voll übel, gell? Also wenn du da mitten auf dem Stein sitzt. Wo oben? Ähm... Bei der Sims? Da hat er eben rumgelaufen, aus der Tür raus und rumgelaufen. Nach links oder nach rechts? Nach rechts rum. Okay, hab ich nicht aufgeklärt. Dann wird er gleich nach ganz oben laufen. Hm. Landstadt, wo hast du die rumwuseln sehen? Ähm... Links auf der Straße. Also links vom Hotel. Oder vom Haupt... Auf den Haupteingang guckst. Äh... Links da. Da ist so'n... Haus. Wo du reingehen kannst. Gegenüber. Vom Hotel. Da hinten ist einer hintergerannt. Als ob er zum Hintereingang weiter wollte. Hast du die Hochhäuser schon gecheckt? Ja. Hochhäuser sind frei. Können wir denn jetzt gehen, oder was? Also... Ihr seid jetzt... Wo genau noch? Wir sind im hinteren Raum. Mhm. Also quasi hinter dem Gebäude. Circa 300 in einem grünen Gebäude, wenn ich mich nicht irre. Rot. Oder rot, rot, rot. Achso, okay. Rotes Gebäude. Gut, das kann ich selbst jetzt nicht großartig einsehen. Aber... Ja. Wie gesagt, es ist bloß ein Spieler. Ähm... Hinten dann zur Teil gerannt. Da müsst ihr aufpassen, dass der nicht da noch rumwuselt. Ansonsten habe ich bisher... Okay. ... nicht großartig was gesehen. Ähm... Waffe im Anschlag. Feuer frei auf alles was euch da begegnet. Honey vorne, ich zweiter, bounty, dritter und sexy rückwärtigen Raum. Alles klar. Deck. Die rüber. Freiflächen überspringen. Bin jetzt hier beim Gastank. Schuss. Schuss. Ausweichen. Ausweichen. Alle Scharfschützen plus Nahsicherer ausweichen. Wir rücken weiter vor. Stoßdruck geht weiter vor. Wo ist der Rest? Diablo, auf dich wird immer noch geschossen. Ja, ich weiß. Okay. Äh, Diablo. Seid außen lange. Okay, ich sehe euch. Okay, komm rein. Der Berg... Das ist zu risky hier. Lass mal... Wir können den rückwärtigen... Na gut, dann haben wir keinen vorderen. Auf mich wird noch nicht geschossen. Erstmal ausweichen. Alle Mann ausweichen. Weitere Schüsse? Warum bin ich hier alleine? Hallo. Nein, ich steck von hinten. Ich muss warten bis die anderen kommen. Wo ist denn? Könnte aus... Könnte aus dem Turm raus gewesen sein. Ich kann es nicht hier noch ausmachen. Ich muss mich immer verziehen. Ja, ich sehe dich. Aber da rüber ist nicht so. Ich komm mal mit dir mit. Wo ist Honey? Ganz vorne. Also ganz vorne bin ich? Honey ist wieder... Ist rechts rum gelaufen glaube ich. Ich war hinter Honey eben. Okay, ganz ruhig. Dann bin ich zurück gelaufen. Dominik kommst du bitte rein wenn du dich hier umdrehst? Hä? Ich bin jetzt gleich... Als erster vorne an dem... Am hintereingang. Okay. Ich bin jetzt auf dem Weg. Sexy folgen. Okay. Ich renne jetzt hier an der Hauptstraße lang. Auf dem linken Gehweg. Okay. Ich bin hinter dir. Mich hat grad'n Schuss gestriffen. Mich hat grad'n Schuss gestriffen. Okay. Dann ausweichen. Alle Mann ausweichen. Jetzt von den Scharfschützen ausweichen. Jetzt Stoß auf ähm... hinteren Eingang. Okay. Ich seh schon mal zwei. Bin auch da. Garni gesehen. Garni so rechts hoch sind wir an dem... Hinter dem Fels. Also mich hat... Okay alle da. Mich hatten sie grad auch. Ist einer an mir vorbei. Ich möchte mal die Position von ihm wissen. Geht einer unten durch kurz. Geht einer unten durch kurz. Slag. Rein beobachten. Steck die Tür. Von hinten. Mach sie zu. Ich bin hinter dir. Stopp abnehmen jetzt. Ist noch einer unten drinnen. Wo ist Diablo? Bist du noch am Stein? Ja ich versuche die hinaus zu machen. Ich guck grad nach Schlagglas. Ist noch einer unten drinnen. Im... Im... Im Vorraum. Nein. Die Leute sind jetzt im... Steppenhaus. Okay. Ich verschiebe mich an meine alte Sniper-Pose. Das ist also meine... meine ursprüngliche die ich vorhin mal hatte. Einzündig. Ich äh... Ziehst du nach? Ich zieh nach. Ich bin dann zurück. Die Flair ist entweder das nächste Stockwerk oder das übernächste Stockwerk über uns. Übernächstes müsste es sein. Nächstes ist noch dicht. Hanni du hast die Granate ne? Ich hab keine Granate ne. Ich hab auch nen Flashbang. Okay. Ja. Okay. Bei Granate weiß ich nicht. Dann sind wir ja alle bereit. Ne ne. Flashbang wäre okay. Nächstes ist auch noch nicht. Mhm. Kein Stress. Hauptsache wir bleiben nicht so lange beim Fenster äh stehen. Leil du bist weg. Hast du was? Hab dir was äh getrinkt? Bleib du mal bei Diablo. Das war ein Trinkpack. Diablo komm schön. Okay. Weiter hoch auf den Berg. Okay. Nächstes ist auch noch nicht. Ich verschiebe mich hinter das Hotel auf die erste Position die ich euch vorhin geschickt habe. Diablo weiß wo ich war. Bist du oben bei dem Häuschen? Ich ganz. Bei so ne Minikirche. Da ist schädig. Da rennt ein Bambi. Ich töte den. Der ist scouted. Oh ja. So jetzt sind wir hier am Stockwerk. Ja. Einmal durchgehen oder? Einmal durchgehen. Taxi wir machen das so wie abgesprochen. Du beobachtest nach oben nach unten. Genau. Wir drei gehen rein und äh sichern den Bereich. Okay check. Bleibt nicht zu lange bei den Fenstern stehen. Einmal reingehen. Könnt ihr mir bitte Bescheid sagen wenn irgendwie die rauskommt. Also wenn ihr im Flurraum kommt. Ich bin meiner Meinung. Ich bleib auch mit hier. Bleib an der Treppe. Guck mal oben. Hier ist die Flair an. Ja ja. Mach sie. Ne lass sie an. Erst Bug. Linker. Linker Bereich gesichert. Was bist du? Weiter unten. Weiter unten okay. Okay. Honey du gehst wieder vor. Ganz ruhig. Ich bin zweiter. Wir gehen weiter. Gleichzeitig. Okay. Wir machen das genauso wie eben. Honey ne. Stockpass safe ja. Du rennst nach rechts. Ich renn nach links. Und alles niederballern was dann halt. Uns vor die Flinte läuft. Okay check. Ich geh kurz in Honeylad nach. Recht safe. Links auch safe. Wieder nach oben. Honey du gehst als erstes wieder. Letzter Stock ne. Ja. Also wir haben jetzt den. Den letzten Stock so. Und jetzt haben. Sind wir gleich äh. Vor den ähm. Podium oben. Also beziehungsweise. Jetzt kommt. Der Fahrstuhl. Alter schreck mir nicht so. Kannst du mir kurz in die Dose aufmachen? Wir sind vor dem vorletzten. Den müssen wir auch noch sichern. Okay. Okay. Handy los. Jo. Komplett hier. Lass die kurz hier. Mist ich bin du. Ich pack hier die ganze Zeit durch. Gegen die Wand alter. Ja. Ich hab auch gerade FPS von 11. Ja. Das sind's. Okay. Kannst du da irgendwas oben aufklären? Äh. Warte 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 warte. Ich guck jetzt gerade in sämtliche Scheiben rein. Du musst mir kurz Zeit geben. Äh. Wir sind. Also die Scheiben wir sind schon drüber. Wir sind kurz vor der obersten Freifläche. Also vor dem Podest oben. Achso. Vor dem ersten Podest. Ja. Da seh ich keinen. Es sind alle. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Fixen ist tot. Standest du am Fenster? Gar nichts. Ich hab nicht mal nen Schuss gehört. Ich hab auch nix gehört. Scharfschütze wahrscheinlich. Mein Leck ist pein und dann extrem pein tot. Ihr seid. Ja ich seh euch da. Weg von den Fenstern. Ich kann ja ihn nicht getroffen haben. Weg von den Fenstern. Ich hab keinen Schuss gehört. Auch nicht. Bei uns war's nicht. Das ist Scharfschütze. Weg von den Fenstern. Ja aber wie soll er ihn treffen? Er stand unten im Treppenhaus. Ja. Mich kann man nicht treffen. Ich fahr nicht. Nicht mal vom Fenster. Warte mal. Du warst im Treppenhaus. Dein Leck ist im Pain. Und du bist tot. Ja. Treppenbuck. Treppenbuck. Ja. Shit. Boah was für ne Scheiße. Und ich ernst. Ja egal. Spawn neu. Spawn neu. Nein nein. Spawn neu. Ich prüfe mal eben wo deine Leiche liegt. Ja ich geh ihm hin. Ich pack sein Kram beiseite. Ja mach das. Ich bin hinter dir. Sollen wir sollen unten erstmal verschanzen oder? Ja. Komm wieder runter. Dann lass mich mal eben durch. Aber einer muss nach oben bleiben. Nach oben gucken. Lass ihn du bist gut. Hat passt doch. Ich laufe jetzt nochmal ganz hoch und dann geh ich wieder rüber. Mal kurz zu Ganni schauen. Ich bin einer Goose da. Ja. Dann packt man seine Sachen. Siehst du seine Sachen noch? Ich sehe ihn. Aber er sieht super pixel aus und ich kann ihn nicht looten. Hier kommt jemand die Treppen hoch. Weiß. Wo? Ich ran jetzt mal schnell rüber. Bei mir. Du bist. Kurz Ruhe bitte. Achso. Keiner bewegt sich jetzt. Hier hat aufgehört. Andy? Bewegst du dich gerade? Oder hast du dich gerade bewegt? Nein. Ich sitze direkt vor dir. Also über dir. Okay. Sobald ich was sehe, was ich bewegen sollte, weil du da lang rennst, sage ich dir auch Bescheid. Aber bis jetzt habe ich wirklich null Bewegung die ganze Zeit bei den Fenstern. Und so gut muss sich erstmal einer bewegen. So. Ich komme hoch. Erster Stock. Wann dass sich irgendwelche befinden, ne? Da wurde passend aus dem Geburt. Zweiter Stock. So. Warum sehe ich dich die Treppen nicht hochgehen? So gut muss ich erstmal bewegen, ne? Dritter Stock. Nee, wirklich. Ich sehe keinen. Ja, weil er nicht gegen die Wände backt. Naja. Ich kann durchs Fenster auf die Treppe gucken. Vierter Stock. Vierter Stock. Vierter Stock. Shoot Gart. Alter hier hat einer geschossen. Hm. Alter das war so nah bei mir! Er ist der durch... Dings... Fahrstuhl... Stock. Noch weiter her? Jo. Ja, du musst... Also guck erstmal ob du eine Waffe findest. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Das Bandone hat wer geschossen. Ich bin unconscious. Fuck, Alter. Diablo? Ja? Hast du dich verschoben? Hast du jetzt wieder Blickkontakt? Zu der mittleren... Ja, ja. Nur leider bin ich jetzt... ...müsste ich mich etwas näher an euch verschieben und... ...kann nicht mehr gerade rein sehen, sondern nur etwas schräg. Um die Ecke? Nee, von unten nach oben. Also... Wenn der jetzt eh noch gehockt rumwuselt, sehe ich ihn halt nicht mehr. Diablo kann eh um die Ecken schauen wie bei Wanted, so wie er um die Ecken schießen kann. Wir haben doch einen Scout da. Ja, wir haben Sex hier unten. Ja, wir haben einen Scout. Okay. Du komm runter. Ich geh raus. Honey, hinterher. Äh... Aber er ist zur Tür? Nicht zu der, zu der nächsten. Renn sie einfach rum. Das ist... Pass auf, ich geh jetzt raus, mach die Tür auf. Ihr bleibt noch in Sicherheit. Und wenn ich sage, ihr könnt rauskommen, kommt ihr raus, okay? Check. Oh, warte mal. Und dann gehen wir Stückchen für Stückchen runter. Check. Und wenn wir hier unten ein paar schon durch sind, runterlaufen am besten. So, ich mach die Tür auf. Ah, ich seh euch. Ich lauf einmal rum, warte. Okay, es ist clean. Ihr könnt kommen. Bin hinter dir. Beeil dich. Kurz auf, Kai. Oh, ich muss mich bewegen, Junge. Geh jetzt runter. Wieso ist ein Tür zu? Weiter unten welche waren? Nee, meinte ich nicht. Okay, der mit dem gelben Regen-Shirt ist down. Oh, da sitzt einer auf der Leiter sitzt einer. Auf der Treppe unten. Kannst du ihn killen? Nee. Hat er uns schon gesehen? Nein, er guckt runter. Okay, nichts bewegen. Ich komm runter. Da ist er. Ich nehm jetzt meine Waffe. Und gib ihm einen Headshot. Oh, ich seh den Quallen. Ein Schüsse. Loll. Vorsicht. Ich renne einmal hier in der Mitte. Da ist einer, rechts ist einer. Hab ihn. Ich hab einen Headshot gegeben. Cockshot. Okay, ich hab seine Sachen genommen. Nice. Hier oben liegt auch noch einer, ne? Ja, der hatte... Ich check mal eben. Warten jetzt zwei Leute da oben oder was? Warte, ich check mal eben den Puls. Okay, er hat keinen Puls. Er ist down. Okay. Ich check ihn. Und nehm seine AK. Yo. Ich komm jetzt durchs Rathaus rein, gell? Aber du hast ihn alles erschossen. Ja, das war... Ich hab ziemlich viel drauf geballert. Aber ist egal, ist egal. Ich komm von unten rein, gell? Ich wurde angeschossen, ja. Okay, wo bist du? Okay. Okay. Okay, du bist da, okay. Dann weiß man, wo er ist. Hinter... Hinter mir, ne? Kann das sein? Ich höre nämlich immer so zwei Schüsse. Okay, der schießt... Der eine auf der Treppe hat noch einen Puls, ne? Welcher? Ich weiß nicht, ich hab... Ich hab grad... Ich schieß ihn einfach. Der wirkt ihn, bis er sich nicht mehr bewegt. Hier. Leichter. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Durchs Fenster von... 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 Von der Vordertür, von der weißen Obo, wo rausgekommen sind das erste. Ja, okay. Von da aus. Der muss hinter mir sein. Und denkt sich, sie ist sicher... Oh, ich hab die gekillt. Ich höre nämlich Schritte. Ich hab ihn eingelassen. Hanni? Ja? Warum sagst du nichts? Ja, ich hab dich gerade kalt gemacht. Ich hab doch noch gesagt, nicht auf mich schießt. Ja, aber da hab ich schon abgedrückt, Junge. Oh, Gott. Jetzt hab ich dich kalt gemacht, oder? Bist du unconscious? Ne. Du bist tot. Hanni, du sagst immer viel zu spät was. Kannst du ihm safen? Du brauchst nix safen. Das Zeug wird so übel zerschossen sein. Das muss nicht sein. Wenigstens seine Waffe, oder sowas. Schon wieder einer. Einer mit einem roten T-Shirt. Wollte gerade hochkommen, den hab ich aber kalt gemacht. Was? Aber wenn du an meinen Rucksack gehst, dann könntest du die Granate rausholen. Aber du hast keine. Nö, der eine Typ hatte eine. Von dem ich die Klamotten angeklickt habe, da. Was klackt denn hier so? Keine Ahnung. Du bist im TS. Jaja, ist im TS. Ich kann hier Sachen sichern. Ja. Ist im TS? Das hör ich gar nicht. Also ich hör es die ganze Zeit wie so Schnipser oder so. Kannst du sichern, ja? Seine Sachen? Ja, ich hab die Sachen rausgezogen, aber ich find die gerade nicht. Vielleicht ist es auch in-game. Vielleicht ist es auch in-game. Vielleicht ein Raum unter oder sowas. So ein hässlicher Admin oder so. So, das wird langsam logo jetzt hier bei mir auch. Äh, ich bin kurz vor der Stadt. Also ich kenn hier gar nichts mehr aus, weil es arsch dunkel ist, ne? Das ist echt ein nerviges Knister, muss man sagen. Aber ich kann seine Sachen, die ich gesichert habe, nicht finden. Ah, weil die Leiche wegpackt. Muss immer schauen, wo die Axt liegt oder was er dabei hat. Jaja, die Waffe hab ich halt, äh, so gelootet und dann halt, äh, die Sachen alle rausgezogen aus dem Inventar. Aber ich würd sagen, ich verschwinde jetzt hier. Ja, das macht doch recht wenig Sinn, glaub ich noch. Äh. Bevor wir alle draufgehen. Es liegt ja sowieso nur einer, oder? Ja. Diablo. Da hat wenigstens, ne, zwei, dann leben noch zwei. Ja, haben wenigstens zwei überlebt. Ja, meine Besten wurde auch ruiniert. Uh, Diablo, deine Beste. Ja. Ja. Gott sei Dank ist nur deine Besten ruiniert. Ich bin zum dritten Mal verweckt. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020